In der Mitte befand sich ein kugelrunder Kutschwagen, erinnerte mich an den mit dem Aschenputtel im Märchen zum königlichen Ball fuhr. Er war aus Milchglas, hatte riesige, verzierte Räder und war über und über mit weißen Blumen geschmückt. Auf dem Fahrersitz saß ein Halbblutdiener, offensichtlich bereit, loszufahren. Aber der eigentliche Blickfang in der Garage war nicht die Kutsche, sondern das majestätische weiße Pferd mit schimmernden Federflügeln, das vorne eingespannt war. Innerlich jauchzte ich vor Freude. Ich konnte nicht anders. Ich überlegte, ob ich das prächtige Tier wohl streicheln durfte, als jemand die Wagentür von innen aufstieß und seinen blonden Kopf herausstreckte. Prinz Devin Einsteigen, befahl er. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sämtliche Ausgänge wurden von Halbblutdienern bewacht. Und ich wusste, dass Prinz Devin nicht zögern würde, seine Magie erneut gegen mich einzusetzen. Also tat ich, was er verlangte und stieg in die Kutsche. Das Fahrzeug war zwar hübsch, aber auch etwas beengt. Es fühlte sich an, als säße man in einer Weihnachtskugel. Das Tor zur Garage öffnete sich mit einem eleganten Schwung und das Pferd trabte anmutig hinaus auf die kopfsteingepflasterte Straße. Kaum waren wir draußen, da öffnete das Pferd plötzlich seine Flügel und hob die Kutsche in die Luft. Wir gewannen so schnell an Höhe, dass ich mir der Magen umdrehte. Ich drückte eine Hand gegen die Milchglas-Scheibe und konzentrierte mich auf die ausufernde Stadt unter mir. Die Stadt sah dem antiken Rom, das ich von den Abbildungen aus meinen Geschichtsbüchern kannte, verblüffend ähnlich. Aber einen Unterschied gab es. Die Bauten wurden von zahlreichen Ranken und Blumen verziert. Typisch Fee. Ich entdeckte einen Nachbau des Kolosseums. Es sah genauso aus wie sein römisches Vorbild, nur dass es nicht in Trümmern lag und natürlich mit reichlich Grünzeug geschmückt war. Unsere Hauptstadt Augustus, sagte Devin, atemberaubend, nicht wahr? Das ist sie, stimmte ich zu. Wenn ich keine Gefangene wäre, würde ich meine Zeit hier vielleicht sogar genießen. Ich hoffe, du kannst das bald anders sehen, sagte er. Die Anderswelt ist dein Zuhause. Du solltest dich hier wohlfühlen.